Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum 19. Türchen meines Adventskalenders. Ich bin mal wieder hier beim Zufallsgenerator. Wir schauen einfach mal, was wir denn heute spielen werden. Und es ist mal wieder eine Runde One Line. Alles klar Leute, ich hab Bock drauf und wir sehen uns gleich. Alles klar Leute, ich war gerade richtig motiviert. Ich wollte einfach mal eine Runde One Line Socken, ganz gechillt. Denkst du genau, jetzt kann ich auf den Scheiß Eiswischen Server gehen? Nee, natürlich verbindet das einfach nicht. Ich kann jetzt 10 Minuten warten, hab auch kein Bock drauf, das geht nicht. Ich kann auch hier Refreshen, bla bla bla. Ich kann nicht auf dem Server, tut mir leid Leute. Ich habe ja gesehen auf dem ReWiForum, es gibt nur 8x1 Bad Wars Map. Und ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach die. Ich hoffe, es sind ja allzu schlimm, aber naja. Tut mir leid, wenn der Server einfach mal nicht geht, ne? Aber auf jeden Fall, wir sehen uns gleich bei 8x1. So Leute, da bin ich wieder in der Runde 8x1. Wir spielen die Map China, die neue Map. Ich bin mal gespannt, wie die Gegner so sind. Wir sind da drüben. Irgendwas mit A. Sind beide irgendwie kleine Lappen, finde ich jetzt. Vor den Staten natürlich, sonst ist es mir egal, ob das Lappen sind oder nicht. Wenn jetzt keiner zu mir kommt, dann werde ich den gleich mal den ein oder anderen Targeten. So. Ich weiß jetzt nicht, was die beiden machen. Ich glaube, ich gehe mal zu dem Typ, weil der macht sich schon Krippen, so eine Scheiße. Wenn ich jetzt sehe, dass der andere zu mir kommt, dann muss ich natürlich da ein bisschen verteidigen gehen, aber das sieht mir nicht so aus. Der baut, glaube ich, in Ruhe sein Bett ein oder sowas. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, das soll er machen. Dann habe ich hier ein bisschen meine Ruhe. Den hätte ich auch easy kriegen können, bestimmt. Nice, Bett ist weg, das war mein Ziel. Ob ich jetzt kurz danach sterbe, ist mir gerade ziemlich egal. Sofern ich jetzt ein Bettdown habe, ist es doch auf jeden Fall nice. Ich baue mein Bett auch noch kurz ein, so. Dann haben wir das. Und der Typ ist auch schon da, ne? Der Typ war auch schon da. Jetzt ist es halt weg. Dann gehen wir jetzt mal zu dem anderen da drüben. Mal schauen, was der so zu bieten hat. So, immer ein bisschen hochbauen. Dass er nicht instant zurückrushen kann, das ist eigentlich der Punkt. Weil sonst kann ich mir kommen, Krippen oder so. Dann ist er schon bei mir. So, wir haben uns auch gleich, wir sind gleich drüben. Ein paar Blöcke noch. Und der Typ chillt einfach, das juckt ihn, glaube ich auch gar nicht. Na? Das juckt dich auch gar nicht. Da hat die Runde irgendwie nichts gemacht. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid irgendwie. Ich glaube, das hat das Spiel auch nicht mal ganz verstanden oder so. Oh, oh man. Was ist denn das für eine Teamfarbe? Und das weiß, das ist schwarz. Das ist so blau oder so könnte das sein. Das ist jetzt ein komisches Blau gewählt, finde ich. Das ist jetzt ein bisschen schade. Man kennt es ja kaum. Der hackt. Wer hackt? Also, ob jetzt wieder ein Hacker hier ist. Ich glaube es nicht. Meinst du, der rote hackt oder wer? Blau hackt. Okay. Ja, der hat ja eben gerade bei Stats-Controller, der hat ja noch keine Runde gespielt. War schon verdächtig. Ich meine nicht, nicht verhechtig. What the fuck. Ich kann auch nicht mal reden. War schon verdächtig, dass er keine Runde gespielt hat. Ich denke mal kurz. Ja, der hackt ja locker, alter. What the fuck. Als ob jetzt der so rumhackt. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass es auch nicht unter Teaming geht, ne? Aber what the fuck. Report. Ich mach mal auf Kill Aura zum Beispiel. Ich krieg keine Runde. Ja, genau du. Ja, ist klar. Nein, das ist vollkommen legit, ne? Natürlich. Natürlich bis zu legit, ne? Natürlich bis zu legit. Mann, was ist das? Was ist das denn hier? Ey. Na toll, jetzt verliere ich instant, alter. Was soll ich denn machen? Der ist auch einmal bei mir halt. Macht Betfucker an, dass mein Bett weg. Na und? Das ist auch so lappenhaft, ja ohne Witz. Als ob jetzt hier jeder anfängt zu hacken auf Revy. Der hat toll, sein Bett ist zwar weg, aber, ich denke mal nicht, dass wir den down kriegen. Das ist auch so lappenhaft, alter. Wie lappenhaft muss man sein, um mit Hex zu spielen bei einer scheiß 8x1-Runde? Ich meine, das Dead Pushing ist es ja auch nicht mehr, weil er ja nicht mal das Dead hat jetzt schon. Und, und wo dann der Sinn ist, außer uns allen den Spaß ein bisschen zu verderben, das weiß ich dann auch nicht. Ich frage halt, wo der Typ jetzt chillt. Ah, der ist ja da drüben, okay. Man müsste schon fast mit Gold gegen ihn vorgehen, ey. Ich glaube, ohne Scheiß, Leute, nehmt mir das nicht übel. Ja, ich nehme nachher gleich ein, ich muss nachher kurz den löschen, ne. Ich hole kurz Gold. Ihr wisst, ich bin kein Goldplayer, ne. Das wisst ihr. Aber, gegen den Lappen jetzt, also, da sind wir jetzt alle mittelrecht, ne. Da ist auch Bogen nicht verkehrt. Wenn er denn nicht so gut ausweichen kann. Es gibt, glaube ich, auch einen Eck, wo er bei Pfeilen ausweichen kann oder so. Ich kenne mich jetzt nicht wirklich damit aus, ehrlich gesagt. Aber, ich glaube, so weit gibt es auch. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt, ne. Also, ich habe mal richtig viel Gold geholt. Ich glaube, das ist gerade mit Reisbauen oder so. Komisch. Oder war hier noch einer, kann auch sein. Also, ich gehe zurück in meine Base. Hoffe, dass ich noch rechtzeitig einen Bogen kriege. Um den Typen zu wirklich 40 Gold, Alter. Nice. So. Ich mache mir erstmal eine beste Spitzhacke zum Beispiel auch. Dann baue ich mich hier einfach mal hoch. Ich hoffe mal, der Typ kommt nicht allzu schnell zu mir. Vielleicht geht er erst ja auf den Roten oder so. Das wäre auch ganz nice. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder Hacker habe hier. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber, okay, der wird schon mal von dem gekillt. Das ist doch toll. Wenn ich jetzt erstmal zum Beispiel mein Bett einbaue. Mit, zum Beispiel, ich weiß jetzt halt nicht, ob er Bettfucker hat. Das ist halt auch das Ding. Wenn er keinen Bettfucker hat, dann ist es einigermaßen gut. Der gut. Der Heck ist jetzt weg. Der ist gestorben. Der wurde nicht gebannt. Der ist einfach nur gestorben. Das ist gerade ernst. Wozu habe ich denn das ganze Gold mitgenommen? Ja, wenn ich dann dabei bin, dann werde ich das auch richtig mal einbauen. und dann eben mal zum Roten gehen. Aber als ob jetzt der Lappen einfach gestorben ist, Alter. Mit Hex gestorben. Das ist doch schon hart erbärmlich, ne? Das ist schon hart erbärmlich. Alter. Wo ist denn der andere jetzt? Sagt er jetzt gestorben. Okay, das kann man auch machen auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so ein Randy, ein kleiner. Ich komme gleich in die Party. Chill doch gleich mal. Muss doch gut das Video fertig machen, ne? Steigen kann ich ja noch später, wenn ich noch bis zur Zeit. So, aber der Lappen, das ist doch ein Randy. Also vom Skin her, das ist ein richtiger Randy. Strafbare Mittel, ich meine. Hashtag Mittel, ne? Ich bin kein Boss-Spermer, aber ich habe jetzt auch kein Bock mehr auf die Runde. Ne? Drr. Was du auf jeden Fall damit sagen wirst, weiß ich jetzt auch nicht. Ach komm, ich bin nicht Boss-Spermer. Das ist ja auch irgendwie low, ne? So, ich habe ja gar nicht mehr so viele Blöcke. Da hast du dein TNT. Okay. Genau. Da hast du auch noch ein bisschen. Ich bin eh gleich down. Ich wusste, als ob wir uns beide gekillt haben. Mann, ich wusste doch so sicher, dass ich down gehen werde, man. Wieso gehe ich denn einfach rauf? Ich hätte doch erst auch aufs Bett gehen sollen. Ach, jetzt zöge ich das Ganze noch mehr raus. Sagt, du Scheiße. Es ist ja nicht klar, dass ich auch ein Randy nicht mit in PvP killen kann. So gut wie ich bin. Naja, dann gehen wir jetzt rauf mit unserem Full Equip, was auch eine Seltenheit ist bei mir. Trotzdem will ich jetzt erstmal den Typ der Holen. Ich glaube, ich gehe aber erst direkt in seiner Base, um dann da das Bettchen von ihm zu holen. Ja, der stirbt erstmal noch. Das ist auch gut. Das kann es auf jeden Fall soweit machen. GG. Nice gespielt. Sorry for Gold playing. Zuerst so, ne. Ja, das darf ich noch verlassen, Alter. Ich habe den Nuss für den Kinn noch weggekriegt. Drei Kills, drei Betten. Ja, Digga, ich komme in die Party. Leider gab es einen Hacker in der Runde. Ich fand die Map an sich, habe ich noch gar nicht gesagt, ich fand die eigentlich ziemlich nice. Ich würde sagen, sie ist schlicht gehalten und so. Von daher kann man gut darauf spielen. Ist nicht so hart verwinkelt. Oder so vielleicht ein bisschen zu groß für eine 8x1 Map. Aber stellt auch eine gewisse Abwechslung dar. Von daher, ich bin zufrieden mit der Map. Was ich auch nicht immer sagen kann, ganz ehrlich. Und ja, ich hoffe, ihr habt den Buchstaben gefunden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert mich. Wir sehen uns gerne wieder morgen um 18 Uhr. Haut rein, Leute. Und Ciao. 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 Ciao.